So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warframe. So, ich kann auf der Erde leider Gottes nicht weitermachen. Warum? Der Meisterschaftsrang ist von mir zu niedrig. Man muss Stufe 5 sein oder höher. Okay, und das hier kann ich leider auch nicht machen. Dafür brauche ich auch einen Archwing. Und ja, wie ich mich diese Archwing-Quest bekomme, weiß ich leider Gottes nicht. So, wir schauen gleich nochmal, aber es wird mir nicht angezeigt. Mir fehlen die zwei Missionen. So, passt okay. So, wir könnten eigentlich rein theoretisch einen Rang steigen. Da oben steht es, Rang aufsteigen. Und wenn ich da drauf drücke, du hast dich des nächsten Ranges als würdig erwiesen. Solltest du versagen, musst du den Wert erneut unter Beweis stellen. Willst du jetzt zum Test antreten, jupp, und da steht schon, du kannst nur einmal pro Tag getestet werden. Komm, in zwei Stunden wieder. Also eine Stunde, 59 Minuten und 21 Sekunden. Gut, das heißt, wir kommen auch nicht auf Rang 2 hier in diesem Part. Gut, 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 gut. Gut, ich habe mir jetzt überlegt, ja, dass wir halt weitermachen mit den normalen Planeten. Erde haben wir, Venus brauchen wir, Merkur sind wir fertig. Da brauchen wir auch noch den Archwing halt beim Merkur. Woid weiß ich gar nicht, was das ist. Da bekommen wir immer wieder sowas dazu. 10 bis 20 müssten wir da sein. Und da müssten wir 10 bis 15 sein. Mission überleben. Okay, und was ist das? Sabotage. Aber das lassen wir noch, den Void. Wir machen weiter beim Mars, würde ich vorschlagen. Und machen Arcadia. Dann müssen wir auch überleben. Wir hauen uns da gleich mal rein. Wir könnten einmal wieder, bin ich der Meinung, öffentlich diese Mission machen. Nämlich überleben ist auch scheiße. Da ist man zu viert, glaube ich, besser dran. So, annehmen. Suche nach Gruppe. So, bitte warten. Jawohl. Ich warte, mein Herr. Ah, das ging jetzt aber schnell. Hallo. Grüß dich. Ich lade das Magazin. Das ist ein cooler Name. Ich lade das Magazin. Das heißt, er schaut mir nur dämlich zu, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob sich der weiter da bewegt. Na, Heidner? Ich lade das Magazin. Ja, 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 ja. Lebenserhaltungssysteme ab. Das Magazin hat aufgerufen. Aktiviert es, wenn deine Erdbeinschaft zu hoch ist. Okay. Somit haben wir das jetzt. Aber was ich da jetzt da mache? Mache ich da überhaupt die Mission, die ich machen wollte? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, ja, ich glaube schon. Nur sie ist sie halt zu zweit jetzt ausführbar. Wird schon die sein. So, einfach durchrushen da. Alles mitnehmen, was geht. Das ist mein Ziel? Aha, okay. Okay. So, komm, komm, komm. Der Typ ist mächtig. Der ist ziemlich stark. Aber ich würde das gerne zu viert machen. Zu viert wäre das sicherlich noch geiler. So, wir müssen allerdings da nach hinten gehen. Ich lade das Magazin. Ist schon dort. Ja, 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 ja. Stufenaufstieg. Sehr gut. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Muss man das einsammeln? Ja, ja. Ach so. Man muss das aktivieren, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Also nicht mehr gemacht. Stimmt eigentlich. Alter, bitte jetzt stirb. Kann ja nicht wahr sein. Und jetzt ist wieder einer in eine Gruppe beigetreten. Ist jetzt rechts unten gestanden. Jetzt sind wir schon zu dritt. So, wohin müssen wir denn? Es wird mir nichts angezeigt. Tut mir leid. Leben-Support in Kommen. Jawoll. Jawoll. So, kommt's her da. Ja, ja, kommt's nur her. Das ist cool, wenn man da mit mehreren Leuten spielt. Ich glaube, das werde ich jetzt da öfters machen. Außer wenn ich halt so welche Orgen-Missionen mache. Dann werde ich das nicht machen mehr. Überhaupt möchte ich wissen, wie ich den Achwing bekomme, damit ich den Merkur fertig machen kann. Was hat er gesagt? Ich kann mal gehen. Stimmt das? So, da unten ist das. Okay. Ah, jetzt hat er's schon genommen. Sehr gut. Brav. So. Das haben wir auch. Ah, da oben. Zuerst immer auf dieses kleine Schiff schießen, damit sich das Schild da runterhauen. Sonst macht man nicht den gewünschten Damage hier. Get ready for a capsule. Ja. Mach ich mich. Bin schon da. Bin schon da. Bin schon da. Das muss man aktivieren, damit dann die Leute, die das da plündern, wahrscheinlich Lebenserhaltungen bekommen. Ich glaube so ist das irgendwie zu verstehen. Das ist ein sauberes Spiel. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre alt. Das ist ein sauberes Spiel. Das ist ein sauberes Spiel. Das ist ein sauberes Spiel. Nein, wir müssen raus. Und ich gehe jetzt auch raus. Ich warte dann einfach auf euch. Ich warte dann einfach auf euch. Schauen wir mal, was wir da ans... Welchen Rang wir da kriegen. Ich glaube, ich darf das Spiel nicht allzu oft spielen. Nämlich, wenn ich da wirklich nur einmal am Tag diesen Rang machen darf. Bringt sich das ja gar nichts, wenn ich da die ganze Zeit so vorspiele. So. So, dann warten wir einfach auf die Spieler da. Die werden schon irgendwann einmal kommen da. Währenddessen mache ich da Zielübungen. Ja, ich finde das nett von euch, dass ihr da um ein Dumm rennt und... Deswegen spiele ich das Spiel lieber gerne Solo. Und dann hast du dann die Verrückten. Die dann da um ein Dumm rennen und dann, ich weiß nicht, stundenlang wahrscheinlich das machen. So, endlich haben wir's geschafft. Wir haben urviel gemacht. Das ist unglaublich. Wir sind da jetzt da durchgeräht. Das ist nicht normal. So. Ich bin aber allerdings der Schlechterste, weil ich mich eigentlich nur am Anfang bewegt habe. Sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht. So. Ich war eigentlich nur am Anfang und habe eigentlich nur eigentlich versucht zu versuchen, dass sie halt zu mir kommen. Hat aber leider Gottes nicht so geklappt, wie ich mir gedacht habe. Ich lade das Magazin, war unglaublich. Okay. Aber es hat sich auf jeden Fall viel, viel gebracht. So. Passt mir. Okay, gut. Passt. Wir haben allerdings schon wieder das nicht gekriegt. So. Der Gruppe beigetreten. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich. So. Wir machen auf Solo wieder. Und es sollte eigentlich... Ja. Es ist fertig. Im nächsten machen wir Alator. Alator. Okay. Kreuzfeuer Gefangennahme. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.